Also die elektronischen Teile im Auto, die digitale Vernetzung im Auto, beides gehört zu den schnellst wachsenden Teilen bei der Nachfrage des Kunden, nicht nur des jüngeren Kunden, an sein Automobil. Und nur wer in diesen Themen spitze ist, der wird auf Dauer erfolgreich am weltweiten Automobilmarkt sein. Und deswegen ist das für uns eine ganz entscheidende Schlacht. Und die zu gewinnen, ist unser Ehrgeiz.